Hey, das ist aber kein Fleisch, aber der ist richtig geil. Also, hoi, ich bin der Markus, hab angefangen als Küchenchef hier und seit letztem Jahr bin ich der F&B Manager. Das Baza ist eins von unseren drei Restaurants im Cervo Mountain Resort. Das ist unser vegetarisches, orientalisches Restaurant. Es gibt so viele Fleischkäse-Restaurants hier oben und wir wollten wirklich mal was anderes schaffen. Und auch dadurch, dass wir im Cervo die Möglichkeit haben, dass wir wirklich so unsere kleinen Welten erschaffen können, haben wir uns wirklich inspiriert von den orientalischen Märkten auf das Baza entschieden. Der Green Mountain Burger bei uns besteht aus dem Green Mountain Paddy. Dann haben wir noch zwei verschiedene Soßen drinnen. Es ist einmal ein Juli und einmal ein Black Ketchup. Dann ist ein Spinat drinnen, hausgemachte Röstzwiebel. Und das Ganze umfasst von einem Butterbrioche von einer Bio-Bäckerei in Sion. Viele Gäste waren komplett überrascht. Wir haben einfach einen Baza Burger bestellt und haben nicht damit gerechnet, dass jetzt ein fleischloser Burger kommt. Aber das Feedback war Hammer. Wir haben sehr, sehr viele Burger probiert. Der Green Mountain Burger ist erstens von der Konsistenz, von der Fleischerinnerung, vom Fleischgefühl im Mund am besten. Plus, was uns komplett überzeugt hat, ist die Softigkeit. Wenn du es auf dem Grill du hast, du hast wirklich einen schönen, saftigen Burger. Zu 100 Prozent das beste Produkt, das es gibt.